Spaghetti mit Linsen-Bolognese Zutaten für 4 Portionen 300 Gramm Spaghetti 1 Zwiebel 2 Knoblauchzehen 2 Möhren 2 Esslöffel Olivenöl 200 Gramm rote Linsen 500 Milliliter Gemüsebrühe 1 Esslöffel Tomatenmark 1 Teelöffel Oregano Salz und Pfeffer 2 Esslöffel gehackte Petersilie Zubereitung 1. Die Spaghetti nach Packungsanweisung in Salzwasser kochen, abgießen und warm halten. 2. Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und fein hacken. Die Möhren schälen und in kleine Würfel schneiden. 3. Das Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen und die Zwiebel, den Knoblauch und die Möhren darin bei mittlerer Hitze etwa 10 Minuten anbraten, bis sie weich sind. 4. Die Linsen abspülen und abtropfen lassen. Die Gemüsebrühe in einem kleinen Topf zum Kochen bringen und die Linsen hinzufügen. Bei niedriger Hitze etwa 15 Minuten köcheln lassen, bis die Linsen weich sind. 5. Das Tomatenmark, den Oregano, Salz und Pfeffer in die Pfanne mit dem Gemüse geben und gut vermischen. 6. Die Linsen mit etwas Brühe zu der Gemüsesoße hinzufügen und alles nochmal aufkochen lassen. 7. Die Soße nach Belieben mit mehr Brühe verdünnen oder einkochen lassen, bis sie die gewünschte Konsistenz hat. 8. Die Spaghetti mit der Linsen-Bolognese auf Tellern anrichten und mit Petersilie bestreuen. Guten Appetit! cette Jürgen-Bolognese auf ein paar Blöcke immer pai把 Rettrü médi lebenswert... ... ... ... ...